Wie möchtest du die Haare haben? Am besten einfach Seiten auf Sifra, Digger. Seiten auf was? Sifra. Auf was? Sifra. Sifra? Sifra. Seiten auf Sifra? Ach, Seiten auf Null? Ja. Ach so, tamam. Auf Sifra. Auf was? Auf Sifra. Sifra? Was geht, Leute? Salamu alaikum alaikum salam. Herr Ratschukanz kommt, Bruder. Heute an meiner Seite der liebe Ratsch. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Erscheine mit ihm, weil die Haare inspiriert von Javron, gib es Bescheid. Guckst du deine Videos? Ich habe noch nie Haare geschnitten. Javron, seine Videos? Ja, ja, ja. Heute, wie besprochen, Seiten auf Sifra. Auf was? Auf Sifra, Bruder. Was ist Sifra? Bruder, Sifra. Seiten auf Null. Bruder, machst du auch noch ein bisschen Bart so? Bisschen hier sauber machen, so wie du weißt. Perfekt, Bruder. Genauso. Nie gemacht, aber kein Problem. Schaffst du schon, ich glaube an dich. Hast du eigentlich noch nie Haare geschnitten, Bruder? Ich geb mein Bestes. Aber passt perfekt, Digga. So, Handy so durch hier. Perfekt, Mashallah, Digga. So. Du packst aus. Erzähl so lange schon, was wir vorhaben. Auf jeden Fall, heute machen wir auf TikToker reagieren. Reagieren, genau. Na klar. Ich reagiere heute auf ein paar TikToker, nebenbei lasse ich mir die Haare schneiden. Und nicht auf normale TikToker, sondern auf Cringe-TikToker. Bist fertig, Bruder? Ich muss sagen, meine Schnauze ist geil. Meine Schnauze ist geil? Dankeschön, Bruder. Ich weiß. Das ist so gut sein. Das ist so gut sein. Mensch, du stehst mir im Weg. Ich muss doch sehen, dass ich hier seit nur auf Zifra bekomme. Oder bitte schnell. Gut, tamam. Ich geb mein Bestes. Morgen, ich muss gut aussehen. Fängst du schon mal an? Warte. 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 Warte, ich sehe aus wie Sanji aus One Piece, nur in Kanakten-Form. Stell dir mal vor, blöd. Okay, Leute. Nicht schwach. Das ist nix schwieriger. Wir reagieren jetzt einfach, während Hella Jmi die Haare schneidet, auf ein paar TikToker. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dem hier an. Was hat der für Zähne? Ich hab mich kurz erschrocken. Ich wollte gerade meine Talks-Seite machen. Aber danke. Das nächste ist von Leo Bellis. Wie ihr wisst, habe ich ein Video gegen sie gemacht damals. Hat auch gut Klicks gemacht. Also Dankeschön dafür. Ich kaufe dein Auto, deine Ehre und dein Haus, baby. Wir wissen beide ganz genau, wie gut ich aussehe. Oh mein Gott. Nein. Hat sie nicht gemacht. Was war das bitte? Hängt schon mal gut an. Da habe ich mein Pariser Video-Ding gepfotoshopt. Bruder, ich habe mich gepfotoshopt, wie ich hier bei dieser Tour bin. Mäßig daneben. Die Leute dachten, das wäre echt. Und ich habe auf Instagram hochgeladen. Ich habe alle geprankt, Digga. Warte, ich zeige dir jetzt sofort. Was soll ich euch sagen, Digga? Ich hasse einfach solche Videos. So allgemein in der Öffentlichkeit. Macht eure TikToks zu Hause. Aber f*** die Menschen draußen nicht ab, Digga. Ich sehe mich ab und zu auch so kleine Kinder, die irgendwie auf der Straße TikToks machen. War alles gut. Und denke mir dann einfach nur so, please kill me. Irgendwas, keine Ahnung. What the f***? Der sieht aus wie ich, Digga. Guck mal ganz kurz. Ganz kurz so ausgesehen wie ich, Digga. Okay. Ah, das ist ein Typ. Das ist ein Typ, Bruder. Halt deine Fresse, du kleinen Mistboot, Junge. Wer denkst du, wer du bist? Ja, und jetzt, und jetzt? Halt deine Fresse, Junge. Halt deine Fresse, Junge. Halt deine Fresse, Junge. Ich habe ja ein Mistboot, Junge. What the f***, Digga. Ich frag mich echt, welche Stadt das war. Wenn das nicht Frankfurt war, dann war ich auch nicht, Digga. Nein, Digga. Try me. Das ist kein Filter. Das ist ein Filter. Bruder, man sieht es doch an seinen Ärmel. Der ist Schatten und so. Ja, Ärmel ist richtig, aber Gesicht ist wunderbar Filter. Geh mal zurück. Sein Gesicht ist Filter. Diese Brille oder was? Nein, sein Gesicht. Sein, sein Gesicht ist kein Filter. Ist das kein Filter? Ist kein Filter. Na aber. Boah. Eigentlich, Bruder, ich lach nicht immer so was. Ja, ja. Ja, ja. Ja, krass, das wird ein Filter. Nein, nein, das ist kein Filter. Leute, ich bin beim Friseur und ähm, ja irgendwie. Ja, er ist gerade auch zufällig beim Friseur, Digga. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock. Das Ding ist, ich hasse diesen Typen. Ich kann den nicht ab. Schon damals mit diesen Videos. Sandra oder so. Keine Ahnung, der hat irgendwas gelabert. Hat er mich abge***t. Weil Hussein chillt sein Video. Hussein chillt sein Freund. Der Typ, der mich gestrikt hat zweimal. Das ist einfach so ein Kunde, den will man einfach nicht haben, Digga. Magst du mich, Herr Ratsch? Bis jetzt machst du keine Faxen, du Faxen machst, Bruder. Oh, der Lackenkletscher hätte jetzt geschmeckt, Digga. Oh mein Gott, das ist schon in der Öffentlichkeit. Wenn ich das schon sehe, Digga, ich könnte mich umbringen. Oh ja, danke. Der hat gerade eine männliche Stimme als ich und du zusammen, Bruder. Oh shit, ja. Ich wünschte, ich hätte so eine Stimme, Jo. Oh, das ist Paolas Clips. Ich habe irgendwie mit dir da Beef und Bruder, bei der war das so. Ich erzähle kurz so Story einfach nebenbei. Bruder, wir haben Beef auf Instagram gehabt. Ich habe nichts gepostet, Bruder. Wirklich nichts an meine Zuschauer gepostet oder sonstiges. Diese kleinen Schlingel haben wir es irgendwie geschafft, ihre Seite zum Löschen zu bringen. Auf einmal mich schreiben, äh, tausend Leute an. Ööö, voll ehrenlos von dir und alles Mögliche. Sie heult gerade im Bett. Wie kannst du ihr sowas antun? Monat, Bruder, was habe ich gemacht? Aber sie hat jetzt wieder ihr Instagram zurückbekommen. Sei ihr gegönnt. Aber jetzt hat sie wieder irgendwie große Fresse, seitdem sie ihr Instagram wieder hat. Ich verstehe es nicht. Dieses iRolling, ich... Mein Leben, Digga. So oft, wie ich das sehe. Warte, ich strebe mich kurz um. Komm, ich zeig dir, hör auf dich rein. Nein, nein, nicht umdrehen, warte. Warte. Hast, hast du falsch geschnitten? Nein, Bruder. Oh mein Gott, bist du mir leer. Die Seiten müssen auch ganz normal sein, Digga. Das hier, Bruder. Kennst du das? Was? Speicherplatz ist kurz, äh, Ding, gegangen. Äh, leer, genau. Äh, warte kurz bevor du schneidest, Bruder. And now this is Kim. So. Geht man einmal weiter weg von zuhause. Zuhause passiert sowas nicht, Bruder. Ich hoffe, meine Mutter. Ah, nehm mal ja, Bruder, die ist 16. Ja, ja. Ich hab nichts, Bruder, ich hab mich bedeckt. Hm. Das ist das, was ich zeigen wollte. Alles gut, Bruder, ich wusste nicht sehen. Ja. Und liebe Peggy, wo haben sie Joelle kennengelernt? Das ist der, der mich, äh, geprankt, äh, ich sag geprankt, ja geprankt. Der mich gestrikt hat, Bruder. Ich hab in den zwei Strikes, Digga. Ja, aber. Ich schwöre, zwei Strikes. Mein ganzer YouTube-Kanal ist fast kaputt wegen mir. Boah, das ist echt noch Glück im Unglück, Alter. Ja, ja. Also, ich habe Joelle auf einer All-You-Can-E-Party kennengelernt und es war lieber auf den ersten. Halt deine Fresse, du kleiner, und keinen interessiert es, Alter. Wie der aussieht, wie er mich schon wieder abguckt, Digga. Warte, warte, halt, 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 halt. Oh, wir haben zwei Kinder. Josef und, äh, Archibald. Wie alt bist du? Allein, dass er bei solchen Videos mitmacht, Digga. Das ist wieder so ein neuer Typ, den Hussein irgendwo auf der Straße kennengelernt hat. Ich f*** mein Leben. Josef und, äh, Archibald. Josef, findest du dich nicht? Ja, du bist nicht? Bruder, ich kann nicht mal ganz normale Videos auch in der Öffentlichkeit machen, so ganz normale Vlogs oder so. Ich schäme mich des Todes. Die schreien da irgendwo rum in Teddy oder in Kick, am Nachbäum. Solche Videos angucken, ich hab gar keinen Bock mehr, Bruder. Gar keinen Bock mehr, Digga. Auch, äh, nicht nur auf, äh, auf so, so ein Video, sondern gar keinen Bock mehr auf Leben, Digga. Guck dir so, guck dir das an! Bruder, er schmiert sich mit Zitrone ein. Du lass dir nur reden! Such dir ein Essen! Zitronensem! Zitronensem! VIRAL! Platz 1 in den Youtube-Train Hey, kennst du das nicht vorher machen? Mit Zitronen? Was sagst du? Er duscht mit Klamotten und er heißt Zitronensohn. Weißt du noch damals? So einen Burkensohn? Ja, er weiß, nein, er weiß noch damals, ganz Facebook alte Zeiten, äh, da war Pinselsohn und so. Ja, genau, äh, Zwiebelkopf. Zwiebelkopf, jaja. Besensohn. Besensohn. Das war der größte Ehrenmann. Die haben einfach für 10.000 likes oder so Scheiße gefressen, Digga. Love you when I wish I never did. Du, Baby. Du, Baby. Genau solche Videos hast du schon am meisten, Digga. Dieses Acting auf TikTok so, boah, ich hab'n Mädchen neben mir und, äh, die gehört nur mir und danach, wow, so, keine Ahnung. Leute, die Sabine ist hier, die Sabine! Okay, warum braucht man einen Film mit Sabine, der heißt, ne? Sabine haben wir nachräumen. Sabine f*** mich auch zur Zeit, Digga. Bruder, kennst du Alina Moor? Ja? Alina Moor? Die wollte ihre Haare zeigen, Bruder. Bruder, wollt du sagen, wie alt ist die? Ich glaub, die ist, äh, 18, glaub ich. Ja? Schöne Haare. Die wollte auf jeden Fall ihre Haare zeigen. Du bist doch still geworden, Bruder, was ist das? Zeig mal die Haare nochmal. Das ist so, das ist so ein blau, 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 braun? Also ich finde so, die Haarfarbe, da muss etwas gemacht werden, falls du die da siehst, so. Ja, ja. Dann muss er vorbeikommen und... Genau. Er macht das schon. Ich mach die Balea schon. Obwohl er zum ersten Mal Haar geschnallt. Perfekt. Du denkst, du bist eine Prinzessin? Boah, diese armen TikToks, die sind viel schlimmer so. Mit Android Toaster aufgenommen am Nachbarn. Dann macht Platz. Hier kommt die Queen. Mein Lieb. 80 draus. Wallah, wir schaffen 80. Ich wette auf alles, wir schaffen 80. Es sind 65 Leute denn. Bei 80, Wallah, ich steck sie mir rein. 3. Achen. Was steckt sie was? Worin? Nein. Nein. Alles gut. Lass mich doch nur die Haare füllen. Warte ganz kurz, guck dir das an. Bei 80, Wallah, ich steck sie mir rein. 3. Achen. 1. 1. 2. So, dann lecker. Und jetzt mal. So, wenn du das ihnen bekommst. Das ne, was sieht? Das ist super, du. Das ist super, du. Wie, du? 3. Wie, du? 4. Waren das nicht einfach. was kaputt machen hier bruder du hast mich unter kontrolle das ding ist ich weiß selber wenn ich mich bewege ich bin deswegen das ist perfekt dass ich hier bin ich kann nichts anderes machen als schreien okay ich gucke jetzt ob ich fliegen kann sabine ok nicht so laut nicht so schnell ich wollte liebe grüße ich komme nicht drauf klar was sind das wieder für videos die bei gesendet und das ding ist diese videos die haben schon von fünf bis zehn minuten irgendwo gefunden weiß was meine was würde passieren wenn ich eine stunde nach solchen videos suche oder ich würde mich selber erhängt ich würde meine seiten nicht nur seit ich würde meine haare komplett auf zifra machen da würde ich mich selber erhängt auf yolo basis ich verstehe das echt nicht ich verstehe es auch nicht willst du noch mal haben sehen oder sagst du nein ich will auch nicht sehen oder ich wollte nur fragen ob du sehen willst weil ich wollte natürlich nicht der weist du ich wollte nicht nur ich wollte nur dass du mich ganz kurz kurz so leute das war es auch schon mit dem video den laden hier findet ihr unten in der video beschreibung hat sein kanal findet ihr natürlich auch unten in der video beschreibung ist alles unten verlinkt das war's mit dem video wenn euch das video gefallen hat gibt doch bitte einen daumen hoch abonnieren nicht vergessen manchmal ganz kurz nicht schau bei snapchat und bei instagram vorbei abonnieren nicht vergessen um ein mustifizierter zu sein ich muss eigentlich kamera ausbauen warte macht das ganz kurz du musst noch bad machen das weißt du bruder herz ich küsse deine nase bruder ein Cs und Untertitelung des ZDF, 2020